Hör doch auf! Na, lol! Er kann mich nicht schlagen! Sieht's... Oh, nein! Ich hab mein Inventar geöffnet! Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und ja, es geht sofort schon los. Wir spielen heute mal ein bisschen Achter-Survival-Games, da die letzten beiden Tage kein richtiges Let's Play hochkamen, sondern nur so Infovideos. Ja, hab ich mir gedacht, bringe ich heute mal wieder ein Paar oder ein Let's Play, eher gesagt Ja, ich bringe jetzt ein bisschen mehr abends, weil ich mir dann weniger Stress machen muss, finde ich tagsüber. Und die Videos bekommen irgendwie mehr Aufmerksamkeit warum auch immer, weiß ich nicht. Aber, oh, nein, die ganzen Kisten sind hier alle noch nicht gelootet. Das schmeckt mir aber gut. Ja, man merkt es halt, weil wir haben es halt ein bisschen lagts bei der Grafik. Aber das wisst ihr alle schon, die mich länger verfolgen, das brauche ich nicht immer wieder zu sagen, müsstet ihr wissen mittlerweile, wie es bei mir ist. Auf jeden Fall, ja, gehe ich bald arbeiten und hole ich mir merke, dass sie nicht so gut angenommen wird. Spiele ich das auch nicht weiter, weil ich will natürlich hier auf meinem Kanal machen, was mir gefällt, was mir Spaß bringt. Und natürlich will ich euch damit auch unterhalten, sozusagen. Und wen ihr da nichts dran findet, dazu zu gucken, eher gesagt. Oder das Let's Play zu gucken, so. Ja, gesagt. Dann will ich das auch nicht großartig machen. Lol. Alter. Als ob er noch 10 Herzen hatte. Ja, egal. Wir gehen jetzt erstmal in die nächste Runde spielen. Zwei, drei Ründchen. Den Fall wollte ich das euch nur mal sagen. Und auf jeden Fall sehen wir uns dann, weil es dauert jetzt kurz ein bisschen. Sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. Bis gleich. So, und da sind wir jetzt auch schon in der nächsten Runde. Und dann wollte ich auch noch mal kurz was anderes ansprechen zum Thema Spiele. Und zwar haben wir jetzt erst seit einer Woche zwar wieder den Start sozusagen, aber ich möchte langsam auch schon noch mal andere Spiele zocken. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollen würdet. Also ich könnte noch, außer Minecraft hätte ich jetzt noch auf Lage, entweder Assassin's Creed 3, das habe ich schon mal gespielt, aber das könnte man auch noch mal spielen. Oder, oh scheiße. Oder, ähm, also noch dazu gesagt, ich lade jetzt die Runden einfach nur so hoch, weil ich dazu sprechen möchte. Mir geht jetzt nicht gerade ums Gewinn, ums gute Gameplay. Einfach nur, damit ich dazu tauchen kann. Ähm, ja genau. Und dann habe ich noch halt Walking Dead auf Lager. Dann könnte ich noch Lego Harry Potter weiterzocken, wenn ihr es wollen würdet. Also wir haben ein paar Möglichkeiten, entweder eines von den drei spielen, oder, ähm, ihr schlagt selber welche vor. Können gerne was kosten, bis 20 Euro, sage ich mal. Ähm, aber das müssten dann auch mehrere zustimmen. Ich kaufe jetzt nicht ein Spiel, nur weil einer das dann gut findet, das mir dann auch zu viel, ähm, Aufwand, ähm, ja, soll ja auch gut ankommen. Ich will zwar auch was spielen, was mir gut gefällt, aber da ich gerade wieder im Aufbau bin, will ich auch ein bisschen auf euch Acht geben, sage ich mal so. Kann man das so sagen? Glaube schon. Ähm, weil ich wollte euch ja wieder sozusagen zurückgefinden. Das hört sich jetzt scheiße an. Aber es sind schon einige wieder dabei, danke dafür. Ähm, auch letztem Livestream habe ich ein paar, alle Gesichter da wieder gesehen. Und apropos Livestream, ähm, werden bald wieder welche kommen. Letzten, im letzten Livestream, oh, hinter mir ist jemand, gab es ein kleines Problemchen, es hat mich sehr lange aufgehalten. Aber das habe ich jetzt, oh, ja, ich werde sterben. Was habe ich jetzt in der Zeit gefixt? Von daher wird es beim nächsten Livestream wahrscheinlich, ähm, jetzt behoben sein. Oh, wir könnten das packen, wir könnten das packen. Nein! Oh mein Gott, er war so gut low, er war so low, weil ich am Ende voll gut bekommen habe. Und jetzt zieht er, jetzt zieht er sich einen Goldapfel rein. Zwei, oh mein Gott, wir hätten ihn bekommen, wären wir nicht ins Wasser gefallen. Hätten wir ihn bekommen, nein! Shit! Okay, Leute, wir sehen uns gleich nochmal bei der letzten Runde. Bis gleich. Oh, da ist ein Nils. So, Leute, und dann geht es jetzt direkt weiter. Oh, die Map, ah, ja, hier kann ich, hier kann ich fast alle Kisten. Wirklich, die ist mega nice. Ähm, aber, ähm, meine Legs, meine Legs. Und ich benutze auch mittlerweile ein anderes Aufnahmeprogramm, weil Fraps hat bei mir jedes, okay, da geht schon jemand hin, dann lasse ich das hier. Fraps hat bei mir jedes Mal abgebrochen. Nach zwei bis drei Minuten habe ich dann, äh, auf einmal ein FPS und es geht einfach gar nichts mehr. Dann ist hier nichts mehr mit Numero Uno. Numero und das, haha. Nein, damit fangen wir jetzt nicht an. Oh, mein Gott. So, ähm, auf jeden Fall, ja. Zu den Spielen habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte, dann nochmal, ähm, ja, ganz am Anfang das, was ich sagen wollte, weil ich weiß gerade gar nicht selber mehr, was das war. Aber auf jeden Fall war es wichtig, sonst hätte ich es nicht gesagt für mich selber. Ähm, auch so genau mit den Let's Plays. Und, ähm, ja, sagt es unbedingt mit den neuen Spielen. Ich habe... Hör doch auf! Na, lol, er kann mich nicht schlagen. Er kann... Lol, er kann mich halt die ganze Zeit nicht schlagen. Lol, Nils kann mich auch nicht schlagen. Blöder, Nils. Okay, schnell was essen. Ich habe eine scheiß Rüstung. Scheiß Ausrüstung, scheiß Ausrüstung. Oh, hier sind nochmal zwei Chests. Können wir uns doch nochmal. Ach, komm schon, die wollen jetzt schon beide gelootet. Scheiße. Das ist blöd, das ist blöd. Okay, wir gehen ja erstmal weiter auf den Berg. Wir haben keine guten Chancen, wurden eben schon fast platt gemacht. Okay, hier muss aber was drin sein, genau. So, und... Ja, da ist doch wohl das Eisenschwert, Boys. Aber auch da ist... Dadurch werde ich nicht gewinnen, das sage ich euch. Nein, er hat mich gesehen, aber ich muss da hinten ins Haus rein. Sonst kann ich... Ja, weil hier nirgends wo ein Crafting Table ist. Nein! Oh mein Gott, bin ich eine Missgeburt. Oh, shit. Okay, er verfolgt mich jetzt natürlich, denke ich mal. Ähm... Nö. Er ist da weiter auf dem Berg und wundert sich gerade bestimmt, wo ich bin. Tja, tja, tja. So, gehen wir mal ins Häusern rein. Ich glaube, hier war ein Crafting Table, war ich mir sehr... Ach, nein. Ach, nein. Komm, 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 komm. Und das und zack, rein damit. Rein damit in die Hurtbar. Rein damit. Hopp. So, dann essen wir jetzt kurz mal was. Aber es sieht halt immer noch nicht ganz gut für uns aus, weil durch die Verschlechterung des Spieles, durch meine Grafikkarte, ähm, sieht es ein bisschen eng für uns aus. Aber, oh, 2xp-Bottles, Bottles, Bottles, Hopp, ein Level haben wir nice. Wo war, wo ist ein Zaubertisch? Wo ist ein Zaubertisch? Ist hier ein Zaubertisch? Nein, hier ist kein Zaubertisch. Dann müssen wir zum Spawn gehen, um ein Zaubertisch zu suchen. Ach, ne. Boah, du Fotze. Ach, komm, doch, ja. Ja! Okay, da kommt keiner. Kommt keiner. Ich dachte gerade, da kommt einer. Oh mein Gott. Ähm, sehr schön. Wir haben unseren ersten Kill gemacht. Beautiful. Und ihr seht auch, ich zeige euch jetzt nicht nur die besten Runden. Ich zeige euch einfach alles, was ich spiele, weil Verlieren gehört dazu. Und normal würde ich zwar, würde ich zwar ein bisschen besser spielen, aber scheiß drauf. Äh, Fun and the Game soll es darum gehen. Soll jetzt nicht nur um Gewinn gehen. Bei mir zumindest. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Natürlich privat auch um Gewinn, aber Let's Plays einfach Unterhaltung. Da muss ich nicht jedes Mal der Beste vom Besten sein, was ich inni bin. Ähm, he he. So, gut. Ähm, cool, hier wird schon ein bisschen längere Folge, sehe ich gerade. Aber egal, das können wir auch mal machen. Letzten waren sehr kurz. Das habt ihr dann auch mal verdienen. Gut. Oh, wir können jetzt einen Helm haben wir nochmal von ihm. Einen Kompass haben wir von ihm. Eine Angel. Oh, ein Bogen auch. Sehr schön. Können uns gut helfen. Oh, noch drei Leute. Oh, da, 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 ja. Ich sehe gerade zwei. Da würde ich aber jetzt nicht dazwischen gehen. Ob wir abschauben sollten? Ah, ich weiß es nicht. Ähm, gut, gucken wir hier nochmal in die Küste rein. Hier können wir nichts braucht es mitnehmen. Scheiße, und der kommt jetzt hier um die Ecke. Der kommt jetzt hier um die Ecke. Und wir laufen weg. Und wir laufen weg. Und wir laufen weg. Und wir laufen weg. Wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Okay, kommt da hinten der andere um uns abzustauben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir sneaken uns hier hin. Wir sneaken uns hier hin. Äh, der weiß zwar, dass wir hier sind, aber der weiß vielleicht nicht, dass wir ein Eisenschwert haben. Das könnte unser Vorteil sein. Und das wird unser Vorteil. Ja! Nice, Leute! Beautiful! PewDiePie! Okay. So, dann geht es jetzt an den anderen Schlawiner ran, den wir hier durch unseren Kompass auch ausfindig machen können. Der ist gleich da oben. Werden wir es versuchen? Werden wir es versuchen? Ob wir es schaffen? Kann ich euch nicht sagen. Sieht es? Oh, nein! Ich habe meine Invertalke eröffnet. Oh, scheiße! Was war das? Und ich kann ihn nicht schaff... Juhu! Alter! Damn! Aber, geile Runde. GG. Schleimiges GG. Könnt ihr nachher auf Niber.HD finden. YouTube. Okay, habe ich es denen einfach mal geschrieben. Okay. So. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. War eine geile Runde am Ende. Muss ich sagen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen. Ciao.